Hi! Und herzlich willkommen zurück! Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast hier auf meinem Kanal. Ich habe heute meine Favoriten. Und es sind jetzt keine speziellen Januar oder Februar oder September Favoriten, sondern einfach meine Favoriten, die ich aktuell habe. Ich habe gerade meine letzte Arbeit für dieses Semester hochgeladen und bin quasi endlich fertig mit dem 5. Semester. Ich freue mich so mega darüber. Und ja, derzeit habe ich eine Woche frei. Also von den Vorlesungen frei. Also Semesterferien. Ich arbeite ja nebenbei noch. Aber ich habe zumindest derzeit auf eine Woche nichts zu lernen. Weil dann ab 1. März es schon wieder weiter geht. Leider. Und ja, ich möchte auf jeden Fall wieder regelmäßig Videos hochladen. So wie ich es am Anfang gemacht habe. Und wie wir es dann wieder zur nächsten Prüfungsphase hinkriegen, mal schauen. Aber bis dahin dauert es ja noch ein paar Monate. Also wird es jetzt dann endlich wieder regelmäßig Videos geben. Yay! Okay. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Favoriten. Und das übrigens muss ich mir wirklich einen neuen Adapter holen. Und dieser Adapter hat mein Kabel auch kaputt gemacht. Deswegen habe ich mir jetzt beides neu gekauft. Und ich hoffe, dass es jetzt hinhaut. Meine Stöpsel machen. Also wir Stöpsel machen noch ein wenig wachsen. Ich hoffe, dass es diesmal einfach nicht so sein wird. Ich dachte mir schon, dass ich einfach ohne die filme. Aber ich mache mir zu sehr Sorgen, dass das Mikro auch wieder nicht funktioniert. Und dann höre ich es nicht. Also wenn es jetzt funktionieren sollte, drehe ich vielleicht die nächsten Videos dann ohne Ausstöpsel. Okay. Also. Mein erster Favorit sind diese Bonbons. Oder einfach gesagt. I-B-N-S oder I-B-N-S. I-B-N-S. Oder es sind auf jeden Fall Ingwer, Bonbons. Also vielleicht I oder I für Ingwer und Bonbons wie Bonbons. Keine Ahnung. Aber egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind es so richtig zäh. Bonbons, die, wenn man draufkaut, so schnitzelig bleiben. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Und die schmecken nach Ingwer und Mango. Und ich finde die echt mega lecker. Die gibt es auch. Also bei DM auf jeden Fall. Bei Rossmann weiß ich nicht. Und diese Tante. Einzelnen verpackt. Sä listsereien werden immer. Die Tante. Süß und Bezug auf innen. Eine Vielzahl. Direier. Ein degli Witz. Ich finde die Möglichkeit, ich nehme den Kopf her. Jawah, das sage ich nicht. Verpackt. Ein paar Gente Jean Dauberpe gesackt. Nachdem hat rolling, ihrigst sein schnell gerät. Und da steht noch natürlicher Genuss glutenfrei und vegan und die sind einfach mega lecker für Leute die Ingwer mögen weil die sind schon echt recht scharf und naja halal sind sie auch noch, wusste ich auch nicht, dass gut das nicht sein könnte Glutenfrei, Laktosefrei, vegan natürlicher Genuss nur 4 Zutaten und ohne Konservierungsstoffe ich war so schlau und habe die Inhalte abgerissen, so dass man sie nicht mehr lesen kann Dann als nächstes habe ich von meinem Papa diese Hausschuhe bekommen von... da sind leider unten drauf, das ist deren Logo Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr wie diese Schuhe heißen oder die Marke Auf jeden Fall sind das Hausschuhe und ich weiß es nicht mehr genau aber das ist so ein junges, recht junges Unternehmen Ich glaube die kommen auch aus Deutschland und die stellen Hausschuhe aus alten Materialien her, also die recycelt die quasi und er hat seiner Frau, also meine Stiefmutter hat die auch schon mal geschenkt weil wenn ich bei denen bin, ziehe ich die an und ich wollte die unbedingt auch haben weil die so mega mega warm sind und ich gehöre zu dieser Fraktion von Frau, die immer kalte Füße hat Ich bin echt keine die friert, ich mag es frische Luft zu haben und mir ist auch immer kalt, außer an den Händen und an den Füßen Ich glaube die heißt irgendwie Stuckmeyer oder sowas Und wenn man die an hat, dann hat man auch einen richtig guten Sitz, sagt man das auch in den Schuhen, also man rutscht nicht raus, wenn man geht und sie macht richtig gute Geräusche Und ich habe normalerweise Größe 39 und das ist Schuhgröße 41, also die sollte man auf jeden Fall in einer größeren Größe bestellen Okay, dann als nächstes habe ich hier diese, ja nicht Fusselrolle, sondern eine Fusselentferner ein Fabrikgeschäfer und der schaut so aus und ich muss sagen, ich bin selbst schuld, dass ich mir sowas nicht schon früher gekauft habe weil ich habe so oft das Problem, dass ich diese Pillings, oder wie man die nennt, so kleine Fusseln, so Krümel an meinen Klamotten habe und das schaut einfach nicht gut aus und ja, dieses Ding kostet echt nicht viel, 8 Euro oder so und das ist so einfach, man macht es an und innen wird dann die Luft angesaugt so dass die Fussel in dieses Loch hier rein gehen oder in die Löcher und dann wird es abgeschnitten also man braucht sich auch keine Sorgen zu machen, dass Löcher reingeschnitten werden das funktioniert echt super einfach und so schaut es dann aus ja, hier sind Fussel drin, das schaut natürlich nie so toll aus aber hier schaltet man den dann ein und dann 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 quasi einfach so die Fussel abschneiden ich war als Teenager im Leichtathletikverein und da hatten wir halt auch Trainingsanzüge und mein Trainingsanzug ich hab den geliebt, ja das war mein ein und alles und ich hab den dreimal oder viermal in der Woche angehabt und der hatte so schreckliche Fussel das sah so furchtbar aus und ja, ich wurde schon geirrt deswegen, ja und mein Leben mehr damals so viel leichter gewesen hätten meine Eltern einfach so ein Teil gehabt naja weil so Trainingsanzüge sind natürlich auch nicht gerade günstig und ja ich hab keinen neuen bekommen aber ja 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 ... ... ... ... ... ... Okay, das war's. Dann ein Labello oder Lippenpflegestift, der tatsächlich mein Hello-Buddy-Lippalm abgelöst hat und der ungefähr nur ein Bruchteil von ihm kostet, ist hier der von Altwerde. Ich mochte die schon immer ganz gerne. Ich glaube der Klassik mit Calestola oder so. Und da hatte ich den auch früher schon immer gerne. Und jetzt ist der hier wieder raus, oder jetzt ist der neu rausgekommen mit Feige und Honig. Schaut ganz klassisch aus, also hat keine Färbung. Ja, habe ich beim DM gesehen und so bin ich wieder auf die Altwerde Lippenpflegestift gekommen. Und ich hatte hier unten richtig trockene und rote Lippen. Also so als hätte man richtig viel Tomaten gegessen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also es war echt nicht schön und vor allem nicht angenehm. Und der hat hier zu gut geräumt. Und der ist echt richtig toll. Und das ist sehr diffizierte Naturkostität. Der Grund steht drauf, pflegt intensiv mit Bienenhonig, Sheerbutter, Jojoba und Arganöl. Aus kontrollierten biologischen Anbaus sowie Avocadoöl mit Feigextrakt und leckerem Honiggeschmack. Also Feige schmeckt manchmal auch gar nicht aus. Aber es ist auch nicht so schlimm. Aber es ist auch nicht so schlimm. Aber es ist auch nicht so schlimm. Also ist schon mal so schlimm. Also ist es so schlimm. Aber es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Okay, ich habe noch zwei Favoriten und das vorletzte ist die komplette Staffel von Cossup Girl. Ich habe mir die so in einem 6er Pack, also als Mantel, bei Ebay gekauft, also gebraucht, weil ich eh finde, wer muss sich das schon neu kaufen. Man schaut sich nur einmal an, vielleicht zweimal und es ist einfach sinnvoller, das dann gebraucht zu kaufen. Und zwar habe ich mir die vor zwei Wochen oder drei Wochen oder sowas gekauft, wo ich halt noch in der Lernphase war. Und ich habe sie nicht angehalten, bis vor einer Woche oder sowas. Ja, weil ich dann nur noch eine Seminararbeit zu schreiben hatte. Und die schriftliche Prüfung hatte ich ja letzten Samstag. Und deswegen habe ich mir diese Serie dann aufgehoben für nach der Prüfung, weil wenn ich einmal mit einer Serie anfange, er verfolge ich den Serienfieber. Und Gossip Girl habe ich in meiner Jugend angeguckt, also vor ungefähr, ich weiß nicht, wann kam das raus, 2002 oder sowas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, als es rauskam, habe ich es mir angeschaut und das war einfach so voll mein Vibe, keine Ahnung, Drama, Partys, Männer oder besser gesagt, Jungs. Und natürlich jetzt nicht in diesem Ausmaß und nicht mit dem Geld, weil, sind wir mal ehrlich, also ich als Teenager habe erst mal kein Geld gehabt. Außer das bisschen, was ich halt dazu verdient habe. Aber sind wir mal ehrlich, das war auch nicht die Welt und meine Eltern haben mir nicht das Geld so in den allerhärtesten gesteckt. Aber ich habe die Serie geliebt und ich hatte richtig Lust darauf, die mal wieder anzugucken. Und die erste Folge habe ich sogar mit meinem Freund angeguckt. Ich habe ihn quasi dazu gezwungen. Naja, er hat gesagt, das war das langweiligste und unrealistische, was er je gesehen hat. Und ich bezweifle, dass er nochmal so etwas mit mir anschauen wird. Und er sagt immer, ja, ich kann es mir ja auch selber dann anschauen. Also ich sollte es mir selber anschauen, aber sind wir mal ehrlich, allein Teil 1, also Staffel 1, dauert 763 Minuten. Und das ist noch nicht mal die längste Staffel 3, dauert schon 891 Minuten. Sie dauern alle ungefähr so lang, auf jeden Fall. Dann soll ich mir das bitte alles angucken, alleine. Also ist es jetzt nicht so, dass ich mich hier den ganzen Tag vorm Fernseher hinsetze und er nicht da ist. Also keine Ahnung. Ja, mal schauen. Er ist einfach nicht so ein Serienfan. Ich dachte ja auch, wir könnten jetzt endlich mal ihr Game of Thrones anschauen. Weil meine Stiefmutter, Stiefmutter hat sich so fies an, aber ja, die Frau von meinem Papa. Oder mein Papa dann auch die komplette Staffel zu Hause haben. Und ich dachte, okay, dann können wir es auch mal anschauen. Aber nein, er hat dann gesagt, ich kann es mir selber anschauen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es habe. Und ich möchte es mir auf jeden Fall anschauen. Mal gucken, wie lange es dauert. Und wir wollen euch da draußen hat denn auch Gossip Girl angeschaut. Ich habe gesehen, es gibt einen neuen Spin-Off, oder wie man das nennt. Und eine neue Verfilmung, die jetzt dann irgendwann rauskommen soll. Die drehen das gerade. Aber ich glaube, ohne die Hauptdarsteller. Also ohne Serena, Palera, Chuck und Nate und Dan und Jamie. Die sind alle, glaube ich, nicht dabei. Oder Stand-Off, ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Und dann haben wir noch meinen letzten Favorit. Und zwar ist das Neonel. Also es muss nicht unbedingt Neonel sein, aber UV-Lack. Ich kenne jetzt nur Neonel. Ich weiß nicht, ob die anderen genauso sind. Aber das ist das Praktische aller Zeiten. Ein richtiger Life-Changer. Oder Witz. Für Leute, die sich die Nägel lackieren. Und die vor allem auch dünne Nägel haben. Die ständig umknicken und einreißen. Und absplittern. Und was es sonst noch alles so gibt. Das hier ist echt der Hammer. Also ich habe den Nagellack jetzt seit über zwei Wochen drauf. Und man sieht halt einfach dann, dass er rauswächst. Aber es bricht nichts ab. Das ist einfach unglaublich. Und es ist so einfach. Und die sind richtig hart. Also ich hatte auch Neonel über meinen Umzug an. Über meinen Umzug an. Während des Umzuges hatte ich auch Neonel-Nagellack auf den Nägel. Und die haben einfach mega gut gehalten. Und ganz klar ist das Video nicht gesponsert. Oder ich habe mir das halt einfach selber gekauft. Und das ist so einfach. Und man macht sich einfach die Base drauf. Also es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber mach die Base drauf. Tu die anderen für 60 Sekunden unter die Lampe. Mach die erste Schicht Nagellack drauf. Eigentlich mache ich immer zwei Schichten nochmal unter die Lampe. Also die zweite Schicht nochmal unter die Lampe. Und das ist halt einfach stoßfest. Also du kommst dann, wenn du irgendwo hinkommst. Es ist einfach getrocknet. Besser als ich dann tatsächlich finde, dass es trotzdem irgendwie schneller geht. Als ich ganz normal die Nägel zu lackieren. Weil auch da mache ich mehrere Schichten drauf. Und da muss ich halt super lange immer aufpassen, dass ich nirgends wo dran komme. Und ich habe jetzt einfach mal stellvertretend diese Cartoon hier von der Lampe. Ich würde einfach jedem mal empfehlen, so einen Stauntersent zu kaufen. Und da ist nämlich alles dabei. Hosen und Stäbchen. Dann die Lampe. Es sind fünf verschiedene Nagellackfarben. War glaube ich bei mir dabei. Dann ist ein. Also in der kleinen Größe. Aber wir haben dann Topcoat und Base und Nagellöl. Und die letzten sind Nagellackentferner. Cleaner. Es ist alles dabei. Also wenn man sich ein Starter-Set kauft, ist, hat man rund um Pakete. Aber es gibt auch dazu ähnliche Videos auf YouTube. Also wenn man sich nicht mehr Ferienk conceptzieht. Sorry, allein mal. Okay. Okay, das war mein letzter Favorit und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und ihr eine wenige Entspanne konntet und wenn das so ist, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und ansonsten... Sehen wir uns dann bei einem nächsten Video wieder. Bis bald! Bye!